Hallo meine lieben Rom-Freunde, hier spricht euer Rom-Präsident Robby. Ich wollte mit euch mal jetzt wieder ein neues Spiel zocken, nämlich schlitter.io. Habe ich jetzt mal rausgesucht. Fand, finde ich jetzt ganz cool und ja. Ich wollte einfach mit euch jetzt mal zocken und ich würde dann sagen, lasst uns gleich mal loslegen. Also wenn ihr ein paar Zweiter von wollt, dann möchte ich ein Like auf diesem Video haben. Ein Like, komm, das schaffen wir. Okay, let's go. So. Erstmal ganz normal. So, ganz easy. So, erstmal alle Punkte einsam. Das ist mein erster Tag, die immer erstmal alle Punkte einsam. Vielleicht noch ein paar Wummer probieren zu kriegen, aber sonst nichts. Oh Gott, der ist ein bisschen groß. Schnell weg hier. Raus, 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 raus. Man käscht der mich noch ein. Okay, wir dann kommen. Zum Glück. Das war knapp. Oh mein Gott. Ja, da kann ich schnell abstauen. Ja, das war gut. Ähm, ja, das war fehl. Äh, egal. So, ich konnte richtig gut abstauen. Das ist schon mal sehr gut. Schnell Punkte einsammeln. So, weiter, weiter, weiter. Dich krieg ich, komm. Ich krieg den, ich krieg den. Oder auch nicht, natürlich. Oh, das kommt aus Rumänien. Geil. Vielleicht krieg ich den ja. Nee, der hat keinen Bock. Der hab ich auch keinen Bock. Oh, der hatte Punkte. Okay, fahr ich gleich mal hinterher. Komm schon, den krieg ich. Schon. Ja, jetzt. Ja, ich hab ihn. Endlich, ey. Hat er kurz schon Angst gehabt, dass ich ihn nicht kriege. Oh, der ist ein Mini-Grüner. Was will der? Ich kann ihn umzingeln. Mache ich jetzt auch. So. Der hat schon mal, okay. Da hole ich mir schon die Punkte. Und der guck, ich bin zumzingelt. Okay. Das ist ja gleich meine Falle. So. Deadpool. Okay, der hat ein Deadpool-Skin. Sieht cool aus. Finde ich. Aber ich, ich hol mir den jetzt. Ich hol mir den jetzt. Komm, ich krieg dich. Oder warte. Hier gibt es ein bisschen mehr Belohnung. Guck mal hier, was hier ist. Ja, hier können wir uns wieder ein bisschen mit abstrauen. Weil jetzt noch ein paar kleinere. Oh mein Gott, da kann man auch gut abstrauen. Da liegt was. Geil. Das ist sehr gut. Ich bin schon mal viel länger. So. Oh, den großen. Nee, der ist mir noch ein bisschen zu gefährlich. Oh ja, wieder einen. Aber ich greife mich der großen Jan. Der ist ganz schön groß. Also, ich glaub, der ist wahrscheinlich so in den Top 10. Können wir aufs Platz 1 so vorstellen. Muss aber nicht sein. So, ich soll mir erst mal ein bisschen weiter Punkte. Da vorne ist wieder einer. Krieg ich einen Jan? Nein. Boah, was für ein Fail von mir. Wie konnte das so passieren? Und jetzt kommt Werbung. Perfekt. Perfekt. Immer diese Werbung haben wir da. Gut, war auch erst nach dem Spiel. Gut, ich würde einfach dann gleich noch eine Runde starten. So. Let's go. So, den hab ich. Das war sehr gut. Das ist ein bisschen Taktik ever. Oh Gott, was ist das für ein Fail? Oh Gott. Okay, das hab ich gerade eben gemacht. Egal. Den krieg ich nicht wahrscheinlich. Aber ich hab da ein bisschen Punkte ein. So ein bisschen Punkte fahren erst mal. Auf gut Deutsch. So, hier liegen Punkte. Vielleicht krieg ich den? Ne. Wahrscheinlich nicht so. Ne. Gut, ich hab einfach Punkte. So. Die Punkte schmecken mir so lecker. Ähm. Ja, vielleicht krieg ich ihn ja. Ne. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da gab ich noch mal. Hab, bin noch ausgewichen. Boah. Oh, ich kann abstauen. Schnell, schnell. Und dann schon wieder dieser Fail. Boah. Mach ich immer wieder das gleiche Fehler. Oh, ist egal. Alter, der ist echt groß. Vielleicht krieg ich ihn ja irgendwie. Der, der ist weg. Gut. Nicht so schlimm. Wir brauchen den ja nicht. So. Oh. Nein. Was für ein Fail. Und Werbung. Und Werbung. Immer diese Werbung. Aber okay. Das war gar nicht schlecht von mir. Ähm. Gleich mal nicht ohne starten. Aber davon war ich schon mal ein Skin. Ja, irgendwie einen geilen Skin gibt es hier vielleicht. Ne, ne, ne. Oh, der deutsche Skin sieht auch ganz geil aus. Ja, den nehme ich. So, eröffne jetzt so eine. Let's go. So. Ja, deutschlandskinder. Aber wir machen jetzt alle fertig. Oh, da ist ein Großbritannia. Ja, Skin. Mal kurz überlegen, wie es heißt. So. Okay, der hat Drachen, würde ich sagen. Ja, gut. Oder vieles am auch, weiß ich nicht. So, ich sag mal, das war ja ganz viele Punkte. Ich sag mal, das war ja ganz viele Punkte. Ich sag mal, am lohnenswertesten, würde ich sagen. Lohnt sich am meisten. Von daher. So, jam, 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 jam. Oh, da ist ein Gegner. Vielleicht kriegt ihn ja, ne. Oder vielleicht den. Kann mich gar nicht entscheiden, aber das ist ein bisschen schwer. Ich glaub nicht, dass ich die kriege. Ne, ne. Sieht für mich schlecht aus, würde ich sagen. So, oh mein Gott. Das war wohl, das war für den Hey, gut, der echt knapp, werde ich abstaunen können. Schade, eigentlich. Hm, einfach wieder weitere Punkte sammeln. Vielleicht kriege ich ja irgendeine oder irgendjemand stirbt. Oh, das ist einer. Sturm, Punkte schnell gestorbt. Abgestorbt, perfekt. Oh nein, 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 der blau. Oh Gott, das war knapp. Oh nein, nicht nochmal. Oh Gott, das ist knapp. Ja, was ist mit dem Falsch? Alter, das ist echt knapp für mich. Ich bin ja nicht so gut im ZD. Punkt.io, müsst ihr wissen. Ich bin ja, ich bin ja so, ja, mittelmäßig. Ich bin überhaupt. Oh ja, Schönenpunkte, Schönenpunkte. Ja, 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 ja. Hier gibt es Schönenpunkte. Fuck. Nein, nein. Verdammt. Scheibenkleister. 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 Nein. Aber na gut. Leute, wenn euch das ZD.. Punkt.io gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch noch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ein Like müsst ihr da lassen, ne? Ich hoffe, das schaffen wir. Und das war von mir, vom Raumpresident Robby. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.